Neben der hohen Anstrengung, die man im Sport hat, die ihn auch mental sehr, sehr stark beansprucht, ist es für mich sehr, sehr wichtig, in der Freizeit einfach mal auf Freunde zu treffen, abzuschalten, Energie zu tanken. Ich genieße es ungemein, die Zeit auf sich zukommen zu lassen, sich keine Ziele zu stecken, wie es im Sport der Fall ist, dass man wirklich einen durchgetakteten Tagesablauf hat, sondern einfach mal sich mit einem Freund trifft und einfach mal das macht, worauf man gerade Lust hat. Genau solche Momente geben mir noch mal zusätzliche Energie, um meine hohen Ziele zu erreichen. Ohne das kann man sich nicht immer wieder frisch neuen Aufgaben stellen und da ist es ganz wichtig, mal zu seinen Eltern zu fahren, mal mit seinen Freunden essen zu gehen, vielleicht mal ins Kino zu gehen, die Freundin zu treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne das kann ich es nicht schaffen, 100 Prozent zu bringen. Bis zum nächsten Mal.